Einspruch! Heute war ein öffentliches Fachgespräch vor der Klimakonferenz in Katowice mit internationalen Experten. Der Experte der SPD hatte Folgendes zu sagen. Wir, und deswegen habe ich das heute immer wieder gesagt, verstehen Klimawandel. Wir verstehen, was das CO2-Molekül, das sieht so aus, genau wie das Wassermolekül. Wie bitte? Herr Professor Liebermann, darf ich Ihnen das kurz erklären. Wir haben das Wasser, das H2O, mit einem Winkel hier, der etwas kleiner ist als 104,9 Grad. Das ist gewinkelt. Wir haben das CO2 mit Doppelbindungen auf beide Seiten und einem Winkel von 180 Grad. Das ist linear. Soweit die Chemievorlesung, erstes Semester. Ja. Ich habe Ihnen das aber auch in dem öffentlichen Fachgespräch gesagt. Ähm, das ist auch nicht wahr, aber egal. Doch, Herr Liebermann, das stimmt. Wir sehen also, die SPD bringt euch noch Fake News. Sie hat auch schon Experten für Fake News. Vor allem in der Klimadebatte, die uns verdammt viel Geld kostet. Aber nicht mit der AfD. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.